so hallo liebe freunde der 24 guten taten heute ist mein freund steffen bei mir das ist er hier und wir machen uns heute auf den weg die weibliche jugendee der tsg wismar handballmannschaft zu überraschen die braucht noch ein wenig kohle für ihr rasenturnier was wir nächstes jahr durchführen wollen für die anreise und übernachtung und fahrtkosten und da haben wir mal ein bisschen mit einer 1 euro aktion gesammelt steffen bei sich im laden und ich habe jeden den ich getroffen habe ja angekündigt haben wir uns als profi handballer der ukrainischen nationalmannschaft wir wollen heute mal probetraining mitmachen ich glaube dass die ziemlich schnell merken dass du auch kein probiert ist was sind wir ein team was sind wir ein team aus der grube aus dem schacht bismut au an die macht au 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 die erste die zweite es nicht ist ist zum So, jetzt schön aufpassen, wie ich den reinleg jetzt. So. Er war halt schneller. Wir haben in dem Zusammenhang, im Rahmen unserer 24 Kultaten, haben wir für euch, von jedem, den wir getroffen haben, in der Zeit, seitdem ich das weiß, haben wir 1 Euro eingesammelt. 1.053 Euro für eure Mannschaftsbeste. Und? Auf den ersten Platz! Das Penn 저희가! Das Penn dir, vielen Dank! Und das haben wir jetzt, meine Damen und Herren! Und dann gehen wir einfach einfach rein! Ich glaube schon, weil das hat ja was mit Koordination zu tun, das heißt können, Leidenschaft, Ausstrahlung, da bin ich wieder vorne. Bei Ausstrahlung bist du vorne. Ne, werden wir dich mal schön nass machen heute. Und wenn man nicht wüsste, dass das Training jetzt schon war und wir versuchen die Anmoderation jetzt auch mal neu aufzunehmen, dann wüsste ich ja schon, dass ich die nass gemacht habe. Wo drin? Von den 7 Meter, hast du überhaupt 7 Meter getroffen? Nein, glaube ich. Ja. 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 Ja.